Einfach nur schön. Das wird mein Tag. Hier ist das Leben echt und erdig. Was mich antreibt, auf eine Entwicklung zu setzen, in der das Land und der Mensch im Mittelpunkt stehen. Guten Morgen, Land. Eine Freundschaft ist wie Land, auf dem man sät. Es braucht jemanden, der dazu beiträgt, gemeinsam voranzukommen und dort zu Hause ist, wo wir unsere Wurzeln haben. In der Landwirtschaft. In dieser hochkomplexen Welt haben wir unseren Blick geschärft, unser Wissen vertieft und unser Handeln danach ausgerichtet. Wir sind überzeugt, eine gute und enge Zusammenarbeit ist die beste Voraussetzung für erfolgreiche Ergebnisse. Strategien macht man mit dem Kopf. Erfolg mit den Händen. Die zentrale Rolle unserer Mitarbeiter ermöglicht höchste Maßstäbe in der Konzeption und Fertigung neuer Produkte für die Bodenbearbeitung, die Sä- und Grünlandtechnik. Ausgereifte Technik, hoher Bedienungskomfort, Geräte mit höchster Präzision für eine natürliche Bearbeitung des Bodens. Weil saubere Futterqualität ertragsteigernd und gut für die Gesundheit der Tiere ist. Unsere Maschinen sorgen durch geschmeidige Bodenanpassung für Bodenschonung und damit für eine ertragreiche und saubere Ernte. Wir denken wie alle Landwirte voraus. Innovation braucht Alltagstauglichkeit. Qualität beginnt bei uns selbst. Wir hören nicht auf, unser Bestes zu geben. Damit schaffen wir eine Wertbeständigkeit, die jedem Einzelnen gerecht wird. Wir wissen, woran wir gemessen werden. Wir prüfen alle Geräte mehrfach auf ihre Stabilität und Langlebigkeit. Achten darauf, die Technologien so auszurichten, dass sie den unterschiedlichen Beschaffenheiten entsprechen. Die Ressourcen der Natur sind endlich. Mit dieser Verantwortung gehen wir als Familienunternehmen sorgsam um. Es ist unsere Verbundenheit mit dem Land, die Leidenschaft unserer Mitarbeiter für ihre Arbeit und die Bereitschaft, Veränderungen als Chance zu sehen. In den letzten mehr als 146 Jahren unserer Familien- und Firmengeschichte haben wir gelernt, dass nur der achtsame Umgang mit Menschen, mit Energien und Materialien einen nachhaltigen Erfolg sichern. Freuen wir uns auf eine gemeinsame Zukunft. Wir sind eins mit der Natur und kennen den Einfluss klimatischer Veränderungen im Spannungsfeld von Gegenwart und Zukunft. Wir produzieren Landmaschinen, die diesen Grundsätzen standhalten, denn Landwirtschaft ist unersetzlich. Wir sind erreichbar, damit der Einsatz der Maschinen gesichert bleibt. Eine schnelle Versorgung von Ersatzteilen ist die Basis für unsere Zuverlässigkeit. Auch noch nach vielen Jahren. Wie eine Freundschaft, die wächst und gedeiht. Wir sind dankbar für den Erfolg, halten unsere Tradition hoch, bleiben offen für die Welt und sind stolz auf das Vertrauen unserer Kunden. Hier sind wir zu Hause. Das vergessen wir nie. Erfolgreicher mit Pöttinger Wir sind dankbar für die Welt, die wir uns auf die Welt verletzten, die wir uns auf die Welt verletzten, die wir uns auf die Welt verletzten. Wunderschwein Vielen Dank.